hey Leute ich bin's wieder euer Nick und ja heute spielen wir noch eine Runde Fortnite ist jetzt schon das zweite Video wo ich mache und ja ich wünsche euch viel Spaß über eine nice Bewertung würde ich mich freuen und ja über ein Abo und ein Like auch mein Freund auch oder Lars er sagt ja nice okay hattest du gerade zwei oder hattest du wenig KP da ist ein Gegner push dich ich habe keine Waffe ich habe keine Waffe und bin tot sagt nix er hat die Schnurter nicht bekommen ich bin nach dem Boden warum hast du ein Rocket hast du die 6 Euro Paket Gurt morgen geht kannst du mir eine Waffe geben gib mir eine bitte 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 Lars bitte gib mir eine was ist das was ist das ein Degel warum es war es sind so ironie geht hä kann man hallo komm mal hier ähm eine Snapbook hat mir ja hallo was machst du Ralf miss mitgebrochen brauche ich nicht bei dir so Leute ja ähm Unterhaltung ja was wie kann ich euch unterhalten was möchtet ihr ähm soll ich auch Minecraft Videos schreibt mir in die Kommentare ob ich auch Minecraft Videos machen soll weil ich habe mir heute Minecraft installiert ähm und ja ich habe schon mal getestet lasst mir mal bitte Snap-Amon warte schießen Rocket es schießt in 2 das schreibt mir mal bitte ein bisschen Snap-Amon ohne Degel ne einfach nur Snap-Amon und jetzt geht MP und Pump lass lassen ja dann gib mir ein bisschen Mund von denen ja warum hast du so viel ja nice ähm ja Leute mein Freund der hat gerade Nusskali-Bombali gesehen ähm er hat dich zu einem und mein erstes Video wo ich heute gebracht habe da habe ich aus Versehen Lars also von meinem Freund den TikTok-Account hingeschrieben bitte nehmt mich nicht übel ich wurde gerade von hinten gesniped aber es interessiert meinen Freund gar nicht und ja nice ja also schreibt es in die Kommi Minecraft oder Fortnite was ihr halt so mögt und wenn ihr auch wollt gucke ich, dass ich nochmal Geld kriege und wir dann ein anderes Spiel runterlangen kann mein Freund der ist gleich tot egal Leute ja gut neuerrundung hast du Glück nice okay das sieht aus wie mein Kralokin nice ja okay machen wir mal ready und ja ja okay Lars der war auch gut ja ja egal ähm naja ich versuche jetzt mehr von YouTube zu machen ja Leute ich würde es ich würde ja Creator Code habe ich leider noch nicht aber ich gebe euch einen Tipp ein guter YouTuber namens arianfn der das ist ein Creator Code und ich trage die bitte in den Shopper da kriegt ihr in der nächsten Arbeit auch im Ferien sind ähm das ist schon eins und besseres eben aber ihr müsst auch üben ja okay ja ja der liebe Lars wie man sieht der hat gesagt er ist ein Bot nein nein Spaß nein Spaß Spaß war Spaß das ist ein 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 was machen wir jetzt ich komm ja leute ich hab's nicht gehört sorry ja leute ist halt mein erster tag auf youtube ich bin auch ein bisschen verwirrt jetzt weil youtube fortnite fortnite youtube direkt auf dem boden ist halt alles so verwirrend hier ist schön steil dann kann ich mich mal kurz hier hoch ey lass bei mir ist er noch wollte ichs ja mein freund der sinkt gerade und ich hab keine ahnung was er da will und bei mir sind auf jeden fall gegner am start zum glück hört ihr eh nicht ihr habt glück wenn ihr wollt wenn ihr wollt dass wir irgendwann mal discord machen über discord dann reden dass ihr mein freund auch hört wie verrückt er ist dann schreibt es in die kommentare wir gucken dann irgendwann mal dann kommen wir auch über discord und dann kommen wir auch über discord ich will dass meine community glücklich ist da vorne ich habe auch nur mit ihr kennt mich nicht ja mein freund hat gerade einen gedauert in seinem team ist das was mit dem sentiment ja ich weiß mir ist gerade ein bisschen kalt und bei uns kommt ein boot ihr seid wissen ich habe es gerade eben schon gesagt ich bin nur dass ihr auch spaß hat und ja ich hoffe meine videos werden euch gefallen und ja es wäre halt richtig nice wenn ihr ein abo und leichter lässt hier und die sind überall und ich bin cool letzte wie ihr seht also vertraut euren gegnern hier ein boot anwalt sonst passiert das hier kognos 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 ja wenn ihr noch ideen hat was zu machen können so ja mein freund steht da drauf dann schreibt es mal gerne in die kommentare und ja ja was für challenge spiel machen soll weil wir können ja nicht die ganze zeit hier papples public stream so kommen kommt kommt jetzt kommt so von wir gut ja und so von gegnern wir waren noch bei den gegnern ich hab doch gesagt ich krieg sind so noch ein kleines berg flippen spaß das kann man haben wir ja klar so fahren wir boten lassen ist gepackt stell dir vor wir machen das hier jetzt in echt also leute verurteilt mich nicht wie ich hier boot fahre ja leute thema wechsel was 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 irgendwas ja wenn ihr wollt dass ich mehr streams machen so 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 gecheckte basis dann 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 schreibt in die kommentare ja und wenn ich so ganz nicht machen soll jeden tag ein halbes video dann ja dann schreibt es auch in die kommentare bin hat jetzt zwei wochen bei meiner mama und da kann ich zwei wochen stream halt ja wisst ja zum thunfisch hier last andy und alex zum backfischen los 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 auf kala hallo sind sie da muss er auf k ok hier ist auch ein station ja leute wenn ihr wollt dass wir wir müssen jetzt erst mal das boot gefahren weil ich bin aus dem spaß eigentlich habe ich den hässlichen stemmen ihr könnt mich etwas checken ihr wisst schon mal drei tage freunde ich bin aus dem hallo ist sie klärt das war ich jetzt habe ich schneide ich ehre aus was für Was für einen Titel soll ich nähen? Weiß ich was? Komm mit. Aber was schreib ich? Ich weiß nicht. Er hat die 130er.